Musik Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Alles wartet auf die schwedischen Panzer und dann kommt sie einfach, die kleine Legende, Betonung auf klein, die Douglas A4 Skyhawk. Die Skyhawk, ein kleiner und relativ kostengünstiger Jagdbomber, hatte einen schweren Start, war am Ende aber dennoch erfolgreich und dies unterstreicht auch die Produktionszahl von fast 3000 Stück. Weil sie im Schatten der Ikonen, weder Fandong, später auch der F-15 und F-16, bei der Navy im Schatten der Domcat, war sie ein Arbeitsziel, das für knapp 10 Nationen im Einsatz war und dort gute Dienste als flexibler Jagdbomber oder auch als reine Trainingsmaschine leistete. Berühmt wurde sie zum einen durch ihre Einsätze in Vietnam, durch ihre Erfolge, trotzdem Fehlen von Radar und auch den modernen Zielhilfsmitteln und auch in den 1980er Jahren wurde sie der breiten Öffentlichkeit bekannt durch ihre Auftritte im bekannten Film Top Gun. Die Ausbilder, allen voran Viper und Chester, sie flogen die A4 Skyhawk und machten den jungen Assen wie Maverick und Iceman in den Domecats das Leben schwer. Was erwartet uns in War Thunder? Nun, ich glaube die Skyhawk wird vorrangig in den gemischten Schlachten punkten können. Hier spricht die Zusatzbewaffnung und die Idee des Jagdwampas klar für sich. In den Luftschlachten wird das Flugzeug, sofern das Battle Rating gut gewählt wird, aber auch für Aufsehen sorgen können. Zum einen haben wir hier zwei 20mm Bordkanonen, jedoch nur mit 200 Schuss jeweils und die werden auch gutes Zielen verlangen. Aber, wenn sie ausgebaut ist, wird sie auch zwei AEM 9B Sidewinder Raketen mitführen können und bis zu drei Zusatzbehälter mit 20mm MK4 Kanonen mit in Summe 4000 Schuss. Die Zusatzbewaffnung für die Bodenseele wird umfangreich ausfallen und neben ungelenkten Bomben, so erwarte ich auch Luftbodenraketen sowie spezielle Bewerfnung auch gegen Schiffe. Somit eventuell auch ein interessantes Flugzeug für künftige Seeschlachten. Ich hoffe, dass die Einordnung im Bereich unter 9.3 im Battle Rating stattfindet, denn darüber könnte es die Skyhawk schwer haben, zumindest in den Luftschlachten. Ich bin gespannt auf das Flugzeug und freue mich, wenn ich sie das erste Mal ausführen darf. Was glaubst du, wird dieses Flugzeug den Heidea-Bereich stark beeinflussen oder haben wir es hier nur mit einer unscheinbaren Ergänzung zu tun? Wird sie klein und fies sein oder doch eher das Schicksal eines Punktelieferanten erleiden? Lass es mich und die anderen in den Kommentaren wissen. Tja, das war's, danke für deinen Besuch und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017